Kurz nach vorne, nach vorne, nach vorne, Spannung aufbauen, Daumenstich links drüber, nach links, rechts, links, jetzt bitte richtig wenden. Öffnen, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, Lanzau, wende, bam, doppelte Tarn, Bonvue, eins, zwei, Lanz, zurück, doppelte Tarn, Bonvue, eins, zwei, Lanz, zurück. Faust, Spannung, über den Tarnsau, Stoß, Lanzau, zur Mitte, Parksau, Jamsau, Tarnsau, Jamsau bleibt, genau, okay, Birchsau, gerade, Faust, drehen, zurück, nach vorne, Spannung aufbauen, Ellbogen vor dem Körper, beide wie so in der Schiene, aus dem Körper, aus dem Rücken, Daumenstich, bumm. Und bisschen nach oben, also du kannst es überprüfen, wenn du vorhin Faust machst, es ist ein Faust und Faust ist auch gleichzeitig öffnen, ist der Stich und den Daumen ist hier, Daumenstich, genau. Bumm, jetzt Rex, Jöp, im Soloplexus das Ganze, bisschen tiefer und mit Spannung nach vorne, sodass du gut stehen kannst, genau. Auch bisschen Handgelenke rausdrücken und enger das Ganze, Wendung nach rechts, bumm, über den Stand, über, nach links, über, nach links, nach rechts, öffnen, bumm, links auf rechts, zwei, drei, vorne rechts zu Fußau und über den Parksau, eins, zwei, drei, links Lanzau, Wendung komplett, bumm, doppelte Tarn, bumm, Wendung und gleich, Gleichgewicht verlagern, so, dass wir zueinander quasi schauen, jawohl, bumm, komplett, bumm, tack, haben wir es geknackt, so ist gut, sehr schön, insoweit wenden, insoweit, bisschen weniger, Schulter runter, bam, bam. Okay, jetzt vorne, Lanzau, zur Mitte, hopp, Tausch in Ausgangsposition, büppelte Tarn, Bum, Wendung, eins, zwei, Lanz, zur Mitte, Tausch zurück, zum dritten Mal, eins, zwei, Bum, Wendung, Lanz, zur Mitte, Tausch zurück, jetzt mit Tausch an Lanzau, Spannung geben, Tarntausch, Stich, Lanzau zur Mitte, bumm, bumm, quack, Stich, rotieren, Tausch, und drehen, Fuß gerade, die mich verlagern, bis zum dritten Satz.